Wähl' ne Tür. Die rechte. Nein, das ist meine Tür. Nimm ne andere. Was ist dein Problem? Du hattest recht. Das ist deine Tür. Hast du ein paar böse Jungs hinter deiner Tür? Zutritt gewährt. Zutritt verweigert. Zutritt verweigert. Zutritt verweigert. Zutritt verweigert. Luke Hobbs und Deckard Shaw. Wir haben noch eine Rechnung offen. Shaws Schwester hat was von mir gestohlen. Einen Virus, der die halbe Welt auslöschen könnte. Und ich will ihn wieder haben. Verrätst du womit wir's zu tun haben? Das ist meine Schwester. Familienangelegenheit. Es geht um das Schicksal der Welt. Also geht's auf mich was an. Die ganze Sache klingt ziemlich riskant. Pass auf deine Schwester auf. Hört zu. Ich krieg das hin. Wir überleben das nur, wenn wir zusammenarbeiten wie ein Team. Na dann los. Schnall dich an, Riesenbaby. Ich zähle bis drei. Eins. Hast du sein Gesicht gesehen? Hast keine Ahnung wie lange ich das schon machen wollte. Die Musik hat schon angefangen. Vielleicht kriegen wir das synchron hin. Sie werden also gejagt. Von einer Söldnerarmee. Angeführt von einem genetisch optimierten Soldaten. Seht mich an. Ich bin Black Superman. Sie sind verrückt. Verdammt. Er ist wirklich Black Superman. Wir müssen untertauchen. Wo? Zuhause. Mein Baby ist nach Hause gekommen. Ich bringe leider Probleme mit Mama. Aber ich brauche meine Brüder. Diese Familie zieht in den Krieg. Wir brauchen Autos und Waffen. Mama, wo sind die ganzen Waffen? Ich habe sie entsorgt. Sehr nobel, Mrs. Holmes. Jetzt haben wir ein richtiges Problem. Das ist untertrieben. Dann eben Old School. Zauia! Also gut. Komm schon! Und los geht's! Wuhuuu! Sag mir, dass das nicht wahr ist. Ja, nein, nein, nein. Ich bin mit ihm. Wuhuuu! Wir wollen es jetzt!